Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute geht es nach Nekataka das erste Mal und ich mache dort drei Quests im Stadtteil Queensberth. Ich bin in der Zwischenzeit schon nach Nekataka gefahren und auf dem Weg gab es eine große lange Cutscene, die habe ich aber jetzt rausgenommen. Ich gehe jetzt direkt da rein und zeige euch die ersten drei kleinen Quests, die man dort ohne Kämpfen machen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kisten schweig lassen sich um ihre Benze Ude Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 für die Tribes von den Outer Islands. Jetzt. Was? Was ist das? Run for it! So, nachdem wir das Begrüßungskomitee hier abgeschüttelt haben, geht es jetzt aber erst mal zum Leveln. Der bekommt Blinding Strike, ist eine Full Attack und blendet den Gegner. Für Remora wird es eine passive Eigenschaft. Determination. Er bekommt einen Bonus auf die Defense gegen drei verschiedene Afflictions. Von den vier Typen von Afflictions. Seraphim bekommt Fixed Skin, das heißt mehr Armor und einen Gegner, den er mehr engagen kann. Eigentlich ziemlich gut, weil er doch immer mittendrin steckt. Da kann er eine dickere Haut gut brauchen. A-Lauf bekommt plus 10 Fortitude. Und zu guter Letzt ist dann noch Schottie dran. Und sie kriegt erhöhte Defense, wenn sie disengaged. Teilweise waren die Sachen jetzt nicht wahnsinnig prickelnd vom Level ab, aber es ist zu dem Zeitpunkt leider nichts Besseres da. Level 7 dann, da wird es dann wieder als nächstes Power Level geben und somit wieder einiges, was auch wirklich gut ist. So, jetzt gehen wir hier nach oben zur zum Shipwright oder Werft auf Deutsch und dort gibt es irgendwo den Meister, diese Werft, Samar, und der hat eine Quest für uns. Be within just a... Ah, almost had it. Damn your eyes. Glad to see a client eye to eye for a change. Came in on the sloop? I can hammer your ship together if you're apt to pay me for it. Aye, Captain Redora hasn't paid me for her commissioned firepower. While I'm up to my nose in debt, the wild mare gobbles up her coin. And now, pirates are holding my feet to the fire over some sham of a deal. If I don't get Redora's payment, I might as well start carving my swollen net. Aye, but only once she fesses up that she doesn't have the coin. Call me a fool for holding out hope. She's an old client and a friend. You do that? A fair price goes without saying, Cully. It all comes down to blasted pans and pears in the end, doesn't it? Also eigentlich hat Samar zwei Aufgaben für uns. Erste Aufgabe ist, Captain Redora kann die Kanone, die er für die gebaut hat, nicht bezahlen. Das sollen wir untersuchen und außerdem sind irgendwelche Piraten hinter ihm her und wollen ihn über den Tisch ziehen oder bedrohen ihn, Schutzgeld und ja, darum sollen wir uns auch kümmern. Zuerst bin ich jetzt hier mal in die Wild Mare gegangen. Das ist also das Gasthaus in Queensberth und da finden wir dann in der Ecke Captain Redora. Why do you stare? Merla, and he hired Muscle. Sientere, but you are too late to collect. A gun in the Northern Alley stole every coin. I cannot hire a crew, much less repay Samar. If they wanted Zammar to thirst for coin, it is possible. Bozzos will regret it when I turn my cannons to their mast. Those the cannons you'll be waiting for Zammar to cast you? Because I'll be seeing more roles in that plan than in any Principe Mast's future or no. Wizard lights drew me like a moth to the alley north of the Wild Mare. And the blow to the back of the head that followed? Marelight hurt. Then a wolf sat on my chest while a group of thugs went through my pockets. Ah, it growled like a thunderstorm and drewled on my uniform. I stumbled back here and traded all I had left for the comforts of the mayor. When you got their leader, tell them Radora sent you. Gut, Radora sagt nun oder behauptet, dass in der in der Gasse im Norden, die hier oben ist, Back Alley, sich Piraten rumtreiben und die haben sie überfallen und ihr das ganze Geld ausgeraubt und es könnten dieselben Piraten sein, mit denen Samar doch eh das Problem hat und tatsächlich befinden sich die hier. Rechts hier ist auch der Wolf, von dem sie gesprochen hat. Achtung, die Piraten sind nur in der Nacht da. Am Tag ist hier so ein Schausteller, der so ein bisschen Tricks macht. Also ihr müsst warten, bis es Nacht ist. Kotter hat nicht missen die Musik von der Serafin. Ihr Schaust und Mirror nicht empressen Kalessia und sie nicht schreiten Kotter. Sorry, Valiant names all sound the same to me. Which one ist der Pretty Wolf? Ihr wisst, schnell genug. Kotter likes you already. Was du willst? Depends. You seeking Vengiata for that house? Kotter heard a newcomer was talking with Samar. Wrong play, Kotter. Let's be keeping this so friendly as so friendly fucking chats. Lest the Captain be calling your raise. Look, Siletia, your supper comes with blue fur. Tell the shipwright to accept Kotter's deal before he suffers another setback. Not Siletia. There's better ways to scare him than threatening innocence. Hey, Kossi, and whose side are you on? Your Cassita or the Wolf? No one threatens Kotter, you overstuffed boil. This one's not worth it. Gut, man hat jetzt dem zu verstehen gegeben, dass er sich da nicht mehr einmischen soll. Man hätte ihn auch attackieren können. Ich glaube auch dass man mit ihm einen Deal aushandeln hätte können. Zurück zur Werft, eigentlich nur noch die Quest wieder abgeben. Alles ist gut für Samar. Ahoy there, any news worth telling? Best news I've heard since I arrived on this rock. What of Captain Rodora? Has she sobered up yet? Or do we need to shake her by her ankles? Robbed? Abidons fist? Someone's feeling bold to prey on a captain in Queen's birth, matters being what they are. That'll be the Iron Thunderer, a cannon well deserved of her name. Maybe she doesn't stand up to Rowatai standards, but she's got heart. For a thousand pyres, she'll crack a hole, scour a sail, or splinter a deck like an imp with something to prove. A thousand is plenty less than I offered the seasoned captain. You seem to know the value of an honest day's work. Tear 500 off the cost. You you will? I mean you will. Your vessel will spit fire like a worm with a belly full of fire kelp. Quest is beendet. Außerdem habe ich ihm dann auch gleich noch die Kanone abgekauft, die er für Rodora gebaut hat. So, nächste Quest. Startet hier. Neu Valera und Bardatos Estate bei Nera Bardato. That spoiled brat. Laro is past due for a company meeting. Mother wants me to drag the elusive louse back by his ear. Must be nice to be a layabout. Uncle Angbert would have tanned my hide. Fuck. I am angry and jealous in equal measure. Do you think this district was a maze the way he manages to hide the spirit magnet? Sientere that I did not recognize you. If you desire to get in the graces of the Valiant Trading Company, we can help each other. Could I persuade you to watch out for Laro? I'd pay generously for your trouble. Would you? Laro and his miscreant friends carouse at the Tavern, the Falls above the Adra Mill, and the Southwestern Bridge. If you see him, tell Laro to get his good-for-nothing ass back home. Well, we do have this thing with chasing a rogue god to the ends of Aeora, but I guess if it's on the way. Gut, sie sucht ihren Bruder und hat uns auch ein paar Hinweise gegeben, wo er sich aufhalten könnte und wo er sich genau aufhält. Ist hier Rehgans, ganz im Osten der Map. Dort ist so ein Wasserfall. Muss man so ein bisschen den Weg hinfinden. Und hier ist auch Laro Bardato schon. Die Quest heißt übrigens Salt in the Wound. I suggest that you have made all possible efforts to come to a peaceful... Who is this, Nacenale? How many cousins do you have or so? Poster Nago. Does that look like any cousin of mine? How should I know? Your kin lie with eels. We have business. What do you want? The family keeps you on a tight leash, Laro. Will getting impaled on a Valera blade prove something to them. What's your words, Oph? You want the Juana to know we're dueling? My bad, so to the tribals. We should be free to settle matters on valiant terms. Small wonder the old empire collapsed in civil strife, if this is the Valian way. And how do your colonies fare, Adira? We are civil enough to kill each other without making an incident out of it. If you want a civilized resolution, you're talking to the wrong fuck. This street thug called my family a warren of corrupt inbreds. But is there a dung heap in all the world that does not have a little Valera cousin scratching through it? That wolf he calls mother would have us live out our days polishing bardato silver. Nothing less than the total disgrace of the Valeras would satisfy me. Then you will die unfulfilled. Mela! Scatter! What? Where are you going, you stuffed shirt? I... Hey, wait! This isn't over, you coward! You can't hide behind your corrupt mother forever! Die beiden wollten sich duellieren, aber wir haben das friedlich lösen können. Jetzt hauen alle ab. Die Quest Salt in der Wund ist beendet. Und wir haben eine neue Quest bekommen. Family Pride. Die werde ich im nächsten Video dann in Komplettheit zeigen. Und du bist ein schlechtes Mensch. Du bist eine gute Begeble. Das war ein Wunderschön aus dem Lager. Das Lager ist nur das Wunderschön der Wunderschön der Wunderschön der Wunderschön. und Kapitän Ferrante, unser größtes Schiff-Master. Es wäre zu honn, dass sie eineinhalb, um zu sein zu sein, seine Crew zu sein. Aye, du bist nicht falsch. Bein die Gentlemen bedeutet, dass es einen Sorcerer ist. Es ist die einzige Familie, die ich noch nie habe. Nicht zu dir, dass du eine Suole-Short-Cap hast, oder ich auch nicht. Ich habe eine Möglichkeit, wenn ich ihn verabschiede. Ich habe gesehen, was es zu sehen, auf die Gentlemen zu sehen. Ich habe gelernt, was die Röpfung zu werden. Ich denke, dass ein Wartscher, nach einem mitten Gott, mich in eine neue Reihe. Und glaube ich, ich freue mich sehr gut. Ich habe ein Geist für dich. Dieser Trinket wäre von einem der ersten Schiff, die ich hatte. Malnage hätte es nicht gefunden, hätte ich einen perfekten Ort gefunden gefunden. Du bist völlig willkommen. Jetzt, wenn du mich entschuldigst, habe ich auf meine Grenze für sentiment. Gut, Seraphim schenkt uns jetzt hier noch eine Halskette. Und dann geht es auch schon weiter bei der letzten und dritten Quest. Die startet bei der Valiant Trading Company. Vor der Valiant Trading Company steht Taveno, ein Huaner, und der hat eine Quest für uns. Ich muss mich fragen. Was sagen Sie? Sie haben mit der Valiant Trading Company? Meine Leute sind die Dwape. Wir haben einen Kontrakt mit der Firma. Wir waren nicht verstehen die Terme bei der Zeit. Ich wünsche mir... Was sagen Sie? Re-Negotiate. Aber mein Vater, Derunga, aus der Firma. In Bezug auf Adra. Er wusste nicht die Valiant. Er wusste nicht die Valiant. Wenn er stirbt, die Outlander werden unsere Island für sich selbst. Der Vater hat krank. Und der Klerk, Luca, steht bei der Agreement, so sicherlich als ob es in seiner Haut war. Akira. Als der Valiant Clerk erinnert, dass ich aus der Dwape war, wurde er sehr nervös. Ich habe meine Appellungen zu Luca. Aber meine Worte waren, als die Steine die tiefsten Welle zerbinden. Während ich aus der Firma verabschiede, kann ich nichts für meine Leute tun. Akira, meine Dank. Ich werde hier im Tag bleiben, bis die Justice ist done. Die Quest heißt Coming to Turns. Und hier die Dwape wurden über den Tisch gezogen mit dem Vertrag, wenn sie nicht verstanden haben, wie sie ihn unterschrieben haben. und jetzt wollten sie gern wieder raus aus dem Vertrag. Aber Luca von der Valiant Trading Company will das nicht zulassen. Und jetzt reden wir mal mit Luca. Er ist gleich hier in den ersten Raum. Und erst mal plündern wir seinen Schrank. Die Verkaufelung ist ein Problem. Und jetzt ist es, wenn ich nicht weiß, die Unterschiede zwischen unseren Papieren und der. Tawenu ist glücklich. Ich habe nur die Verkaufel. Der Galle ist zu gut für seine Kind. Die Verkaufelung ist ein Problem. Das ist die Verkaufelung. Die Verkaufelung ist ein Problem. Das ist die Verkaufelung. Das ist die Verkaufelung. Das ist ... F***. Das ist genug. Aber die Verkaufelung für die Diplomation ist einfach nicht fertig. Okay. Wenn, was passiert das Ganze? Also das Problem ist egal, was man zu ihm sagt, er will sie nicht aus dem Vertrag lassen. Aber wenn man dann nochmal mit ihm spricht, kriegt man eine neue Option, dass man ihn mal untersuchen kann. und diese Untersuchung gibt raus, dass er irgendwelche Weinflecken auf seinem Shirt hat und das nutzen wir natürlich noch aus. Zusätzlich war noch das Problem, dass auch der Duapet draußen offensichtlich versucht hat, mit einem gefälschten Vertrag da rauszukommen. Also das heißt, wir haben jetzt eigentlich zwei Böse. Der eine will nicht aus dem Vertrag lassen, der andere hat es dann versucht, den Vertrag zu fälschen. Deswegen reden wir jetzt nochmal mit... ...Tarveno. Ja, und er gibt uns jetzt hier schon den Hinweis, das heißt, dass Luca wohl ganz gern im Wirtshaus ist, also in der Wild Mare und dass wir ihn vielleicht dann, wenn er besoffen ist, überzeugen können. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Unter dem Tag ist jedoch Luca natürlich beim Arbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis es Abend ist. Das heißt, ich übernachte hier mal kurz, damit es Nacht wird. Und dann ist Luca auch schon da. Ich habe dann leider ein bisschen lang gebraucht, bis ich die Reihenfolge der Antworten rausgefunden habe, damit er quasi von dem Vertrag zurücktritt. Also ich stelle euch jetzt hier mal eine Minute an Zeit mit Rumgeklicke von falschen Antworten. Wenn die Triben nicht verstehen können, die Basischen Termen von einem Agreementen ist, das ist der Grund zu bearern. Dann ist es eine gute Sache, dass wir hier nur so lange, wie die Ardre fließt. Und wenn die Ardre ist weg, die Triben können, was es left ist, von ihren Islern zu haben. Mehr profitabel als ein Islern voll zu bursting mit Luminös Ardre. Ich sage euch, nicht Freund zu nicht Freund. Es gibt nur noch Platz für Kompromise. Ich habe mich nicht verletzt, Basel. Hey, nicht verletzt. A viele Leute würden einfach verletzten. Ich kann nicht die Kontrolle wegnehmen. Ich bin mehr verletztert als der Dammt Papier. If the tribals cannot understand the basic terms of an agreement, that is their burden to bear. Silly, we are not in the dead fire for the long haul. More profitable than an island full to burst. I'm telling you, not friend to not Gelarde. That is true enough. Oh, this again. If it's a fight you want, then come at me, Bazo. Less work. Mel, are you again? Oh, this if it's a fight you... Less work. Mel, are you again? Why? Why you degenerate, little nut? I can, I can have... Hey, don't be embarrassed. I cannot make the country disappear. I am... Haha, there is more than one island in the dead fire. So, jetzt endlich. Your tribal friend can keep his. Ach, it will be done. Gut. Also, wir haben jetzt überzeugen können, dass er den Vertrag fallen lässt. Und dann sind wir auch schon durch dieses Video dann durch. Drei kurze Quests hier in Queen's Birth, mit denen man dann doch einige XP abstauben kann. Alles friedlich gelöst, ohne Kämpfe. Gut, Coming to Turns beendet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, diese drei Quests. Wir sehen uns dann weiter in Neketaka mit der Family Pride Quest. Bis dahin. Ciao.